Willkommen zurück bei Hometake. Es gibt so Tage, da denkt man die Hölle friert zu. Stellt euch vor, Balkonkraftwerke mit 800 Watt. Per Schuko-Stecker angeschlossen. Keine Meldung beim Netzbetreiber. Und ein rückwärts laufender Ferrari-Sealer ist auch in Ordnung. Und die VDE empfiehlt das auch noch. Gibt's nicht? Gibt's doch. Schauen wir uns an. Und springt man direkt rein in das neue Positionspapier der VDE. So was hat die VDE öfters. Und damit gibt die so generelle Empfehlungen ab, wie mit elektrischen Anlagen so zu verfahren ist. Und in der Regel werden daraus dann Normen und die gelten dann so für alle. Und das ist dann auch immer, wenn es dann irgendwie zum Streitfall kommen, ist das immer die Richtlinien, die dann auch gerichtlich oder gutachtertechnisch herangezogen wird. Und ja, ganz frisch veröffentlicht das Ganze. Und da stehen sehr, sehr spannende Geschichten drin. Für steckerfertige Energieerzeugnisanlagen. Wir fangen mal vorne an. Wir lesen es nicht im Detail durch. Es ist unten verlinkt. Ihr könnt es alles im Detail durchlesen. Aber es geht los mit Einführung einer Bagatellgrenze bis 800 Watt auf Basis der europäischen RFG. Man muss wissen, im restlichen Europa Deutschland natürlich wie immer Ausnahme gibt es die Grenze nicht bei 600 Watt, sondern bei 800 Watt. Die soll auch bei uns kommen. Hier gibt es dann noch, ja, was muss im Detail angepasst werden, welche Norm die momentan da ist etc. pp. Zweiter Punkt. Mini Erzeugnisanlagen dürfen an jedem Zählertyp verwendet werden. Ha. Verrückt. Also nicht nur digitale Zähler, nicht nur Ferraris Zähler mit Rücklaufsperre, sondern auch Ferraris Zähler ohne Rücklaufschmerre. So, dann gibt es hier die vereinfachte Anmeldung und Inbetriebssetzung von Mini Energieerzeugnisanlagen. Und guckt mal hier, was hier steht. Anmeldung ausschließlich bei der Bundesnetzagentur mit Zugriff der Netzbetreiber. Das heißt, dieses Dokumenten-Download Geraffel von eurem Netzbetreiber, der euch dann noch 27 Steine in den Weg legt und noch irgendwie ein Elektriker will und eine WLAN-Dose und bla bla bla. Fällt alles weg. Ihr meldet das Ding einfach an. Und zwar tragt ihr das einfach im Marktstammgartenregister ein. Fertig. Cool. So, nächster Punkt. Auch spannend. Duldung des Schuko-Steckers als Steckvorrichtung für die Einspeisung bis 800 Watt. Sehe her. Seit 1000 Jahren erzählen das alle, dass diese WLAN-Dose völliger Quatsch ist und wir die einzigen Doofen sind hier in dem Land, die das so machen. Ja, wie man sieht, es geht auch anders. So, dann gibt es noch ein paar Sicherheitsvorgaben. Blablub. Das ist gar nicht so spannend. Also, wer hätte das gedacht? Ich bin ja völlig begeistert. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das dann direkt runterladen und euch das mal komplett durchlesen. Ich weiß gar nicht genau, wie das so läuft. Dieses Positionspapier, das ist jetzt noch nicht irgendwie das Go für alle. Das ist jetzt so. Ich glaube, das muss noch irgendwelche Instanzen nehmen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass das dann auch relativ zügig so kommt für alle. Das heißt, jeder, der jetzt so ein Balkonkraftwerk plant, plant mal mit 800 Watt und auch einen Wechselrichter, der das kann. Und so WLAN-Steckdose und so braucht er, glaube ich, in Zukunft nicht mehr dafür. Ja, cool. Kurzes Video. Wollte ich euch nicht vorenthalten, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Und in dem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschau.